Hallo alle zusammen! Manchmal werden so Dinge gesagt wie wir haben keine Ahnung, welchen Inhalt die Originale der Bücher in der Bibel eigentlich hatten. Oder die Bibel ist eigentlich nur ein großes Spiel, stille Post. Wir haben Kopien von Kopien von Kopien mit ganz vielen Änderungen. In diesem Video heute werde ich euch zeigen, dass das nur die Hälfte der Wahrheit ist. Wir werden sehen, wie die Bibel sich vom ersten Jahrhundert nach Christus bis heute übertragen hat, wie sie kopiert wurde und wie viele oder wie wenige textliche Variationen wir darin wirklich haben, über die wir uns Gedanken machen müssen. Eine Sache, die ich gleich am Anfang mal klarstellen möchte, ist die folgende. Unser Fazit wird nicht sein, dass wir Buchstabe für Buchstabe genau wissen, was in den Originaltexten mal drin stand. Aber das Fazit wird sein, wir können sehr genau sagen, was drin stand. Und die Punkte, wo wir uns nicht ganz sicher sind, sind einfach irrelevant für unseren Glauben. Es spielt keine Rolle. Wir können uns vielleicht mal drüber Gedanken machen, was wirklich im Originaltext drin stand, in jedem genauen Satz. Aber die Unterschiede, die uns eventuell noch übrig bleiben, werden überhaupt keine Rolle spielen für unseren Glauben. Übrigens, das ist ein bisschen anders beim Koran, im Islam. Der sagt von sich selber, dass er Buchstabe für Buchstabe perfekt überliefert wurde. Und das heißt, wenn es da auch nur ein Buchstabenabänderung gibt, ist das eine große Glaubenskrise. Das wird für uns Christen nicht der Fall sein. Es wird kleinere Änderungen geben, weil die Realität einfach mal so passiert. Wenn viele Leute ein Buch kopieren und abschreiben, machen sie Fehler. Aber das Resultat ist trotzdem, wir können ganz genau sagen, was drin steht, selbst wenn wir nicht jeden einzelnen Buchstaben festlegen können. Wo fangen wir bei dieser ganzen Diskussion überhaupt an? Naja, wir fangen bei den Originalen an. Es wurden tatsächlich mal Originale geschrieben. Von jedem Buch im Neuen Testament gibt es ein Original. Und das wollen wir rekonstruieren. Das Problem ist, wir haben die Originaltexte selber nicht mehr. Die wurden alle sehr wahrscheinlich auf Papyrus geschrieben und das hält sich einfach nicht so lange. Nach 100 oder 150 Jahren geht Papyrus von sich aus schon kaputt. Außer in besonderen Fällen. Was wir stattdessen haben, ist, wir haben Kopien und wir haben dann Kopien von Kopien von Kopien. Und aus diesen großen Mengen von Kopien müssen wir sozusagen rekonstruieren, was im Original drin stand. Und das ist, was Textkritiker tun. Ich bin sehr dankbar für die Arbeit, die die tun. Und wir werden uns heute einfach ein paar Resultate anschauen. Und wir werden uns anschauen, wie das mit unserem Glauben zusammenspielt. Und wir werden sehen, dass es unseren Glauben nicht beeinflusst. Wir sind diese Kopien entstanden. Es gab keine zentrale Autorität, die zentral Kopien erstellt hat. Sondern wir haben ganz viele verschiedene Gelehrte in verschiedenen Regionen, die Kopien angefertigt haben. Und das ist für uns was total Gutes. Denn wir haben dann verschiedene Leute, die nach verschiedenen Methoden Kopien gearbeitet haben. Und wir können sozusagen die Arbeit von vielen Menschen anschauen, statt die Arbeit von einer Organisation. Das ist was Gutes für uns. Und was wir auch sehen werden, und was aber eigentlich klar ist, ist, je mehr Kopien wir haben, desto besser können wir rekonstruieren, was passiert ist. So. Und deswegen schauen wir uns das mal an, was haben wir denn für Kopien? Was ist das Material, was uns zur Verfügung steht in dieser ganzen Frage? Und, okay, hier habe ich euch mal die verschiedenen Manuskripttypen mitgebracht, die so angeschaut werden. Und jeweils übliche Gregory-Arland-Namen. Gregory und Arland sind zwei Forscher, beziehungsweise ein Forscher und ein Forscher-Ehepaar, die sich mit Textkritik auseinandergesetzt haben und deren Lebenswerk es quasi war, möglichst genau herauszufinden, was im Original der neutestamentlichen Bücher wirklich drin stand. Die erste Sorte von Manuskriptarten sind die Papyri. Die heißen Papyri, weil sie auf Papyrus geschrieben worden sind. Ich habe vorhin gesagt, dass Papyrus eigentlich nur 100 bis 150 Jahre hält. Und aus diesem Grund haben wir sehr, sehr wenige Papyri, die noch am Leben sind. Das Papyrus ist dann auch irgendwann in den 500ern, 600ern ziemlich aus der Mode gefallen. Und danach wurden kaum mehr welche geschrieben. Und alle Papyri, die wir haben, sind deswegen sehr alt. So, wie können Papyri überleben, obwohl sie eigentlich vielleicht ein oder zwei Jahrhunderte überleben? Naja, wenn Papyri von der Luft abgeschlossen sind, dann setzt dieser Zersetzungsprozess nicht ein. Dauert deutlich länger oder passiert einfach gar nicht. Das heißt, die Papyri, die wir haben, sind meistens aus luftdichten Höhlen oder aus irgendwelchen Gegenden, die sehr salzig sind, die Feuchtigkeit aus der Luft binden und sowas. Und das sorgt dafür, dass Papyri länger überleben kann. Trotz alledem sind die meisten Papyri nur recht kleine Fragmente. Also wir haben nicht hunderte Papyri, die alle ganzen Kopien des Neuen Testamentes sind, sondern was wir haben, ist oft kleinere Fragmente oder kleinere Abschnitte oder zum Teil einzelne Bücher aus der Bibel, die in Papyrus-Form überlebt haben. Was ich euch hier mitgebracht habe, ist, dass Papyri oder Papyrus P52, das ist das älteste erhaltene Fragment des Neuen Testamentes. Zumindest das, was wir bis jetzt gefunden haben. Es stammt ungefähr aus der Zeit 125 bis 150 nach Christus. Und es zeigt uns, zu diesem Zeitpunkt war das Johannes-Evangelium schon geschrieben, denn der Papyrus enthält Verse aus dem Johannes-Evangelium. Im Moment sind ungefähr 130 Papyri katalogisiert und die Papyri sind wirklich die kleinste Klasse von diesen Manuskripten, die wir noch haben, weil sie eben so schnell desintegrieren. Der nächste Typ sind die Majuskeln und die heißen so, weil sie in griechischen Großbuchstaben, in Majuskeln, geschrieben sind. Manchmal heißen sie auch Unizalschriften oder Unizialschriften. Im Gegensatz zu den Papyri sind alle anderen, insbesondere auch die Majuskeln, geschrieben auf Pergament. Das ist aus Tierhaut gearbeitet letztendlich. Und dieses Material ist viel beständiger und es kann ohne Probleme mehrere Jahrhunderte bis über Jahrtausende überleben, im Gegensatz zu Papyri. Und deswegen haben wir in den Majuskeln sehr viel Material aus dem Neuen Testament und auch sehr altes. Ich habe euch mal drei mitgebracht, der Codex Sinaiticus, Alexandrinus und Vatikanus. Und daneben steht jeweils die Gregorialand-Nummer. Das wäre zum Beispiel beim Codex Sinaiticus die 01. Das ist der erste Majuskel-Kodex in dieser Nomenklatur. Und dann gibt es häufig noch diese Siegel, die daneben stehen. Zum Beispiel das Aleph für den Sinaiticus, das A für den Alexandrinus, das B für den Vatikanus. Und wenn man sich auf diese Handschriften bezieht, dann wird man häufig eben diese Siegel verwenden. Und zum Beispiel in textkritischen Versionen der Bibel wird man die dann sehen. Okay, diese drei, die ich euch hier genannt habe, sind alle aus dem 4. oder 5. Jahrhundert. Also Sinaiticus und Vatikanus sind aus dem 4. Jahrhundert und der Codex Alexandrinus ist aus dem 5. Jahrhundert. Und diese drei sind die drei ältesten bestehenden fast kompletten Kopien des Neuen Testamentes. Das Einzige, was fehlt, sind einige Seiten, die zerstört sind, die nicht mehr lesbar sind. Und die ist natürlich super wertvoll für uns, weil wir aus ungefähr 300 Jahren nach den Ereignissen, die beschrieben sind, nach dem Leben von Jesus, wir komplette Kopien der ganzen Bibel haben, beziehungsweise des ganzen Neuen Testamentes haben. Und aus diesem Grund sind die Majuskeln super wertvoll, vor allem diese drei hier. Es gibt dann auch einige andere Majuskeln. Insgesamt sind ungefähr 300 dieser Schriften katalogisiert. Und alle diese Majuskeln stammen aus der Zeit zwischen eben dem Jahr 300 ungefähr und ungefähr dem Jahr 900, vielleicht noch bis zum Jahr 1000. Danach ist dann nämlich die Majuskel, die Großbuchstabenschrift, außer Mode gekommen und man hat angefangen, Minuskeln zu schreiben, in Kleinbuchschreiben. Auch da habe ich euch einen mitgebracht. Die erste Minuskel nach Gregorio Arland ist der Codex Basiliensis. Und genau, diese Minuskeln sind eben spätere Abschriften in griechischen Kleinbuchstaben. Und die kommen meistens aus dem 9. Jahrhundert oder später, also aus den 800ern. Und dann sind sie in den 900ern und in den 1000ern wirklich in Mode gekommen. Das bedeutet, sie sind deutlich jünger und damit deutlich entfernter von den Originalen, einfach chronologisch. Das bedeutet, im Normalfall sind die Minuskeln weniger aussagekräftig, was wirklich in den Originalen drin stand. Aber trotzdem geben sie uns natürlich einiges an Informationen darüber, sozusagen welche Übertragungen, welche Kopien haben sich durchgesetzt und welche nicht. Dann haben wir noch drei andere Gattungen, nämlich zuerst mal die Lektionare. Ein Lektionar ist ein Buch, das in der Liturgie in Kirchen benutzt wurde. Also zum Beispiel ein Buch, in dem einfach die Liturgie drin steht und aus dem Buch wurde dann im Gottesdienst vorgelesen. Und weil viele Liturgien eben Stellen aus der Bibel enthalten, können wir die Lektionare auch verwenden, um die Originallesart von Bibelstellen herauszufinden. Es sind im Moment ungefähr 2400 Lektionare katalogisiert. Und es sind im Moment ungefähr 2900 Minuskeln katalogisiert. Und dann kommt der größte Block, von dem wir es haben, das sind die Übersetzungen. Die Bibel wurde im Griechischen geschrieben, das Neue Testament davon meine ich, und wurde danach aber ganz viel, ganz häufig übersetzt in diverse Sprachen. So, diese Übersetzungen sind nicht die Originalsprache. Das heißt, sie helfen uns insbesondere nicht, um genauen Buchstaben laut herauszufinden. Aber sie helfen uns, um die Bedeutung zu verstehen. Und sie helfen uns, um herauszufinden, zum Beispiel, ob ein bestimmter Vers in der Bibel drin ist oder nicht. Ob der reingehört oder eine spätere Hinzufügung ist, solche Dinge. Wir haben unglaublich viele Übersetzungen. Sehr viele davon sind Vulgata. Das ist eine lateinische Übersetzung der Bibel. Und dann haben wir noch Übersetzungen aus diversen anderen Sprachen. Wir schauen uns nachher ein Bild an mit einem Graphen, wo einige dieser Sprachen aufgelistet sind. Und dann haben wir noch Zitate. Vor allem die Kirchenväter, aber auch manche heretische Gruppen und manche anderen Gruppen, haben sehr viel aus der Bibel zitiert. Und aus diesen Zitaten können wir natürlich auch wieder den Wortlaut des Originaltextes herausfinden. Wir können herausfinden, welcher Text war zu dem Zeitpunkt an dem Ort, an dem diese Person geschrieben hat, im Umlauf. Welche hat sie zitiert? Und von den Zitaten haben wir zahllose. Also wirklich unglaublich viele. Aber natürlich sind sie auch nicht besonders die stärksten Textzeugen, weil es Zitate sind und man da durchaus zum Teil Wörter umstellen darf, wenn man Sachen zitiert. Hier haben wir eine Folie mit diversen Übersetzungen. Und wir sehen sozusagen, welche Sprachen sind wie häufig in unseren Manuskripten enthalten. Die wichtigste ist natürlich das Griechische, ganz in der Mitte, denn das ist die Originalsprache der Texte. Und davon haben wir knapp 6000 Manuskripte, wenn man alle zusammenzählt. Es ist immer schwer, die genaue Anzahl herauszufinden. Aber ungefähr 6000 griechische Manuskripte. Dann haben wir als größten Vertreter die lateinische Vulgata, oder im Englischen heißt das Vulgate. Und davon haben wir ungefähr 10.000 Exemplare, alle handschriftlich. Dann haben wir diverse andere Sprachen, in die die Bibel auch übersetzt würde. Kirchenslawisch, Armenisch, Koptisch, alle mit zwischen 3000 und 4000 Manuskripten. Und dann noch Äthiopisch, Syrisch, Altlateinisch. Das ist eine andere lateinische Übersetzung als die Vulgata. Dann Georgisch und mein besonderer Favorit, das Gotische. Da gibt es die sogenannte Vulphila-Bibel. Das ist einer dieser Punkte, wo jemand erstmal ein Alphabet für das Gotische erfunden hat, um danach die Bibel in diesem Alphabet aufzuschreiben. Sehr spannend. Okay, wir haben also eine relativ große Anzahl an Manuskripten, aber was bringt uns das eigentlich? Wir machen mal folgendes Gedankenexperiment. Wir haben einen Lehrer, der eine ganze Tafel vollschreibt mit irgendeinem wahrscheinlich hoffentlich wichtigen Ding. Die Schüler in der Klasse schreiben dann die Sachen von der Tafel ab. Okay, jetzt wischt der Lehrer das, was er an die Tafel geschrieben hat, wieder weg, sodass es nicht mehr da ist und nicht mehr gelesen werden kann. Und wir bekommen jetzt in die Hand gedrückt die Abschriften von den Schülern. Und unser Ziel ist herauszufinden, was hat denn der Lehrer tatsächlich am Anfang mal geschrieben? Naja, und jetzt überlegen wir uns mal zwei Szenarien. Das erste ist, wir haben nur eine einzelne Kopie. Es gab nur einen einzelnen Schüler in diesem Klassenraum oder wir haben nur eine der Kopien bekommen. Was wird passieren? Naja, wir haben einen Text. Und wir haben die Aussage dieses Schülers, dass er sich Mühe gegeben hat, den Text so gut wie möglich abzuschreiben. Okay, das bedeutet, das einzige Sinnvolle, was wir tun können, ist sagen, okay, diese Kopie, die wir haben, ist genau das Original. Das beste Wissen über das Original, was wir haben, ist diese eine Kopie. Das bedeutet, wir haben keine Variation, wir haben keine Stellen, wo wir uns unsicher sind, was im Original stand. Aber wir haben halt einfach gar keine Sicherheit, was im Original stand, weil wir nur eine Kopie haben. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben stattdessen in diesem anderen Fall, wir haben zehn Kopien. Zehn Schüler haben dieselben Sachen abgeschrieben, zum Besten ihrer Fähigkeiten, und haben uns alle ihre Kopien übergeben. Okay, was wird jetzt passieren? Naja, zehn Leute haben dasselbe abgeschrieben, und das heißt, zumindest ein paar Rechtschreibfehler werden auf jeden Fall drin sein, und vielleicht sogar andere Fehler. Vielleicht hat mal einer der Schüler eine ganze Zeile vergessen, und seine Augen sind einfach drüber gesprungen, und er hat die Zeile übersprungen. Oder vielleicht hat ein Schüler sich Wort für Wort gemerkt, was im Text stand, und hat dann ein Wort aus Versehen beim Aufschreiben durch ein Synonym ersetzt, ohne das zu bemerken. Solche Dinge können passieren, und sind vollkommen normal. Und was wird das bedeuten in unserem Gedankenexperiment? Naja, wir haben jetzt zehn Abschriften von demselben Urtext, von demselben Original an der Tafel, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die nicht alle gleich sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es Unterschiede zwischen den Texten gibt, dass es Variationen gibt. Was bedeutet das für uns? Je mehr Texte wir haben, desto mehr Variationen erwarten wir, weil mehr Leute die Möglichkeit haben, Fehler zu machen. So ist das einfach. Auf der anderen Seite haben wir eine viel größere Sicherheit, was wirklich im Original stand. Denn wenn wir uns jetzt bei einer Stelle nicht sicher sind, wie sie im Original genau gehießen hat, dann können wir uns einfach alle zehn Kopien anschauen und schauen, okay, sind die sich alle einig? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir die korrekte Lesart haben. Gibt es Unterschiede? Dann können wir uns da nicht ganz so sicher sein. Aber wenn zum Beispiel einer der Schüler beim Abschreiben einen Rechtschreibfehler gemacht hat und alle anderen neun das nicht getan haben, naja, dann können wir uns sehr sicher sein, dass das, was die neun abgeschrieben haben, richtig ist und das andere nicht. So, im Fall der Bibel ist das Ganze natürlich ein kleines bisschen komplizierter, weil wir einfach eine riesige Anzahl an Kopien haben, aus einem riesigen Zeitabstand zwischen verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Zeitpunkten geschrieben. Aber das ist trotzdem der Grundgedanke. Je mehr Informationen wir haben, je mehr Kopien wir haben, desto besser können wir herausfinden, was wirklich im Original stand. Viele Kopien sind super für uns und auf der anderen Seite erzeugen sie aber auch sehr viel Variation, weil einfach viele Menschen beteiligt waren und Fehler machen konnten. In diesem Diagramm sehen wir, wie viele Kopien es von der Bibel gibt im Vergleich zu anderen Manuskripten. Und wenn man einfach nur drauf schaut, ohne sich die ganzen Zahlen anzugucken, dann ist das schon ziemlich krass. Also wir haben so 6000 Kopien des Neuen Testamentes, wir haben gut 20.000, wenn man alle Sprachen mitzählt. Und im Vergleich dazu haben wir zum Beispiel von den Gallischen Kriegen von Cäsar ungefähr 250 Manuskripte. Und trotzdem können wir mit großer Sicherheit schon sagen, was Cäsar geschrieben hat. Also wie viel mehr Sicherheit haben wir eigentlich darüber, was in der Bibel drin steht? Mit viel, viel mehr Kopien, mit viel mehr Fragmenten. Ein anderes Beispiel, die Historien des Herodot, die so ungefähr im linken Drittel stehen. Herodotus History. Davon haben wir 109 Manuskripte. Aber dieses Buch, diese Historien des Herodotus sind eines der zentralen Geschichtsbücher über die Zeit, über die er geschrieben hat. Das heißt, wir sehen, selbst wenn wir nur, naja, ich sag mal eine Handvoll oder vielleicht so 100 verschiedene Manuskripte haben, können wir uns sehr sicher sein, was im Original drin stand und wir können dem viel Gewicht geben und wir können diese Sachen wirklich verwenden. Und für die Bibel haben wir fast 6000 Manuskripte in Originalsprache und nochmal 24.000 in allen anderen Sprachen. Also wir haben unglaublich viel Material, mit dem wir bei der Bibel arbeiten können und das ist super für uns. Wir können uns wirklich sehr sicher sein, was in der Bibel drin stand und was nicht. Ich habe euch nochmal als Vergleich den Koran mitgebracht. Von dem haben wir im Moment ungefähr 70 Manuskripte, eher ein bisschen weniger. Und das ist ziemlich interessant, weil der Koran ungefähr 600 Jahre nach der Bibel entstanden ist. Vielleicht 500, wenn man den Traditionen glaubt. Aber wir sehen hier einen großen Unterschied. Wir sehen extrem viele Manuskripte für die Bibel, von der wir wirklich ganz klar belegen können, was in der Bibel drin stand. Und erstaunlich wenige Manuskripte von anderen Werken im Vergleich dazu, insbesondere vom Koran. In diesem Diagramm sehen wir den Zeitabstand, den es gibt zwischen den Originalschriften und den ersten Manuskripten und den ersten Fragmenten, die uns überliefert sind. In Rot, jeder Balken, bedeutet, was ist der Zeitabstand zwischen dem spätmöglichsten Entstehungsdatum und der ersten erhaltenen kompletten Kopie des Werkes. Für die Bibel ist das eben der Codex Sinaiticus und das sind ungefähr 225 Jahre, wenn man das spätmöglichste Datum für die Abfassung des letzten Teiles der Bibel nimmt und das Datum, an dem der Codex Sinaiticus geschrieben wurde. In dem blauen Balken sehen wir die Jahre zwischen der spätmöglichsten Abfassung und den ersten Fragmenten, und zwar der frühsten Datierung für diese Fragmente. Bei der Bibel wären das so ungefähr 25 Jahre. Spätestens im Jahrhundert war ziemlich sicher die ganze Bibel vollkommen geschrieben. Und im Jahrhundert 25 haben wir das erste Fragment, nämlich das P52, was ich vorher schon mal genannt hatte. Und jetzt vergleichen wir das mal mit anderen Werken. Wir haben mal wieder die Gallischen Kriege von Cäsar, wo es 800 Jahre dauert, bis wir das erste Fragment haben. Wir haben nicht eine einzige komplette Kopie des Werkes, nicht eine einzige. Wir haben nur Fragmente. Und die kommen 800 Jahre später. Und trotzdem haben wir, gerechtfertigterweise, recht großes Vertrauen in die Echtheit dieser Fragmente. Und darin, dass das, was drinsteht, wirklich mal von Cäsar geschrieben worden ist. Ein kleiner Kommentar. Ganz am rechten Rand sehen wir Thucydides Historien. Und da steht als Zeit zwischen der spätmöglichsten Erstehung und den frühstmöglichen Fragmenten 0 Jahren. Das bedeutet nicht, dass wir ein Original haben in dem Fall. Leider. Sondern das bedeutet einfach, wir sind uns nicht ganz sicher, wann es geschrieben wurde. Und wir sind uns nicht ganz sicher, wann das erste Fragment, das wir noch haben, genau zu datieren ist. Und da gibt es halt einen Überlapp, beziehungsweise die beiden Zeitfenster berühren sich genau. Deswegen steht da 0 Jahre. So. Nochmal das große Bild, was wir hier sehen. Wir sehen, wie früh nach den Ereignissen die Bibel attestiert ist. Und wie früh wir Fragment haben und wie früh wir komplette Kopien haben. Keines dieser anderen Werke hier, das überhaupt eine komplette Kopie hat, hat eine Kopie innerhalb von 200 Jahren. Das erste, was wir hier in dem Beispiel jetzt finden, sind 500 Jahre bei den Spielen von Sophocles. Und wir sehen auch, dass die Zeit, in der die ersten Fragmente entstanden sind, ziemlich kurz ist. Das heißt insgesamt, die Bibel hat unglaublich viele Manuskripte, was wir auf dieser Folie sehen im Vergleich zu anderen Werken. Und sie hat ihre Manuskripte und ihre Fragmente unglaublich früh, unglaublich nah an der echten Entstehungszeit. Und das ist für Textkritik natürlich super. Und jetzt kommen wir zu dem schwierigen Teil. Was ist eine Variante in einem Text? Oder manchmal wird es auch Korruption genannt. Das sind die Unterschiede zwischen verschiedenen Kopien. Jeder einzelne Punkt, jeder einzelne Buchstabe oder jedes Wort oder jeder Satz, wo es verschiedene Manuskripte mit verschiedenen Inhalten dazu gibt, ist eine Variation. Das heißt, in unserem Gedankenexperiment von vorhin, wenn wir zwei Kopien haben und zwei Schüler haben ein Wort anders buchstabiert, dann ist das eine Variation in dem Text. Okay. Andererseits, wenn fünf der Schüler das Wort so buchstabiert hätten und fünf anders, wäre es trotzdem nur eine Variation und nicht zehn. Es ist eine Stelle, wo es einen Unterschied gibt. Okay, wie häufig sind Varianten zwischen verschiedenen Kopien in der Bibel? Je nachdem, wie man zählt, kommt man auf ungefähr 200.000 bis 500.000. Und so die beste Schätzung ist 400.000 Varianten. Ungefähr 400.000 Stellen in der Bibel haben wir, wo es unterschiedliche Manuskripttraditionen dafür gibt. Das ist deutlich mehr als die Anzahl der Wörter im Neuen Testament. Und da kann man jetzt schon mal erschrecken, aber wir werden sehen, dass das nicht so schlimm ist, wie es klingt. Das Erste, was wir uns anschauen müssen, ist, was für verschiedene Arten von Varianten gibt es. Bevor wir nämlich überhaupt anfangen, wirkliche Textkritik zu machen, was wir nachher uns ein kleines bisschen anschauen, Bevor wir das tun, müssen wir uns erstmal klar machen, welche Eigenschaften muss eine Variante haben, damit sie überhaupt für uns relevant ist. Und da gibt es zwei Kategorien, nämlich bedeutungsvolle und brauchbare Varianten. Und eine Variante muss beides sein, ansonsten können wir sie gleich rausschmeißen, ohne überhaupt wirklich drüber nachzudenken. Eine bedeutungsvolle Variante ist eine, die übersetzbar ist, letztendlich. Das bedeutet, wir können den Unterschied in der Bedeutung übersetzen. Und wir schauen uns gleich ein paar Beispiele und Nicht-Beispiele vor allem an. Der andere Typ von Variante, den wir uns anschauen müssen, ist eine brauchbare Variante. Das sind die Varianten, die sinnvollerweise tatsächlich das Original sein könnten. Okay, und weil es irgendwie einfacher verständlich ist mit Beispielen, habe ich euch hier Nicht-Beispiele mitgebracht. Also Beispiele, die nicht bedeutungsvoll und die nicht brauchbar sind. Und alles, was wir nachher machen, sind Varianten, die bedeutungsvoll unbrauchbar sind. Okay, also, Beispiel für eine Variante, die nicht bedeutungsvoll ist. Das Erste, und das, was super häufig auftritt, ungefähr 70% aller Textvarianten überhaupt, sind Rechtschreibfehler. Naja, ein Rechtschreibfehler ist nicht korrekt übersetzbar, außer es kommt zufällig wieder ein anderes lesbares Wort raus. Und, naja, das bedeutet, sie ist nicht bedeutungsvoll. Die Bedeutung des Textes hat sich nicht verändert, sondern nur die Rechtschreibung. Und im Griechischen war die Rechtschreibung nicht so festgelegt, wie das heute zum Beispiel im Deutschen ist. Das heißt, es ist irgendwie sinnvoll, dass wir viele Rechtschreibfehler sehen, einfach, naja, weil es keine wirklichen Fehler sind. Es sind einfach Rechtschreibunterschiede. Jeder hat es so geschrieben, wie er es für gut befand. Ein anderes Beispiel für nicht bedeutungsvolle Typen von Varianten ist das sogenannte bewegliche Nü. Das Nü oder Nü ist der Buchstabe N im griechischen Alphabet. Und man kann, das ist ein bisschen kompliziert, aber man kann an bestimmte Wörter am Ende im Griechischen ein Nü anfügen, ohne die Bedeutung zu verändern. Und man tut das, damit man nicht zwei Vokale hintereinander hat. Das ist ein bisschen ähnlich wie im Englischen das an apple und a bus. So, dieser Artikel a für bus und an für apple ist nur in diesem N unterschieden und zwar so, dass es besser klingt, wenn man es spricht. Also, weil man nicht a apple sagen will und so eine seltsame Betonungspause machen muss. Und etwas ziemlich ähnliches passiert mit dem beweglichen Nü im griechischen. Um eine bestimmte gut klingende Lesart zu bekommen, kann man ein Nü an bestimmte Wörter anfügen. So, und dieses Nü verändert die Bedeutung des Textes nicht in keinster Weise. Überhaupt nicht. Es ist einfach nur ein zusätzliches N, das am Ende vom Wort steht, damit es besser klingt, wenn man es ausspricht. Insbesondere ist es nicht ins Deutsche übersetzbar. Es ist nicht bedeutungsvoll. Die Bedeutung verändert sich nicht, also ist diese Variante nicht bedeutungsvoll. Andere Varianten, die ziemlich häufig sind, sind Wortreihenfolgenvarianten. Im Griechischen ist man sehr frei darin, wo im Satz man seine Wörter platziert. Und im Deutschen ist das nicht der Fall. Wir haben eine sehr stringente Satzstruktur und das Wort muss genau da stehen, wo es halt stehen muss, damit der Satz Sinn ergibt. Im Griechischen ist das nicht der Fall. Da können wir die Wörter quasi beliebig durch den Satz bewegen, mit ein paar Ausnahmen. Und das bedeutet, naja, wir kriegen auf natürliche Weise viele Wortreihenfolgefehler. Wir kriegen Varianten, weil sich ein Abschreiber einen ganzen Satz gemerkt hat und dann halt die Wörter aus Versehen anders sortiert hat. Und sowas passiert einfach im Griechischen und spielt im Griechischen keine Rolle. Die Bedeutung des Satzes im Griechischen verändert sich dadurch nicht und damit ist diese Variante nicht bedeutungsvoll. Okay, und jetzt ein Beispiel für nicht brauchbare Varianten. Hier habe ich 1. Thessalonicher 2, Vers 7. Es gibt da drei textuelle Varianten. Eine davon ist brauchbar und bedeutungsvoll. Die andere ist nicht brauchbar. Und zwar folgendes. In 1. Thessalonicher 2, Vers 7 steht, Also die Aussage ist, die Apostel waren dort und sie sind nicht hart aufgetreten, sondern sie waren zart zu den Menschen. So, es gibt einige, ganz wenige Manuskripte aus gutem Grund, in denen stattdessen folgendes steht. Sondern wir sind in eurer Mitte Pferde gewesen. Es gibt keine realistische Möglichkeit, dass diese zweite Variante der Originaltext ist. In keiner Welt steht, sondern wir sind in eurer Mitte Pferde gewesen. Da. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Diese Variante ist nicht brauchbar. Und gut, sie ist auch nur von sehr wenigen Manuskripten übertragen. Aber trotz allem, in dem Kontext macht dieses Wort an der Stelle keinen Sinn. So, und deswegen können wir die Variante von vornherein ausschließen, egal wie viele Manuskripte dafür sind. Wenn wir natürlich eine andere Lesart haben überhaupt. Okay, was ist das Fazit von dieser Diskussion? Bedeutungsvolle, brauchbare Varianten sind weniger als 1%. Von allen Varianten. Und zwar deutlich weniger als 1%. Man kommt bei ungefähr 2000, je nachdem wie man zählt, Varianten raus, die sowohl übersetzbar sind, die die Bedeutung verändern, und die brauchbar sind. Die sinnvollerweise das Original sein könnten. Und das sind die Varianten, über die wir wirklich nachdenken müssen. Aber selbst von denen gibt es nur einige hundert, die wirklich schwer sind. Bei allen anderen Varianten können wir sehr klar sagen, was wirklich im Text stand. Mit sehr, sehr großer Sicherheit. Und der nächste wichtige Punkt, den wir uns klar machen müssen, ist, keine wichtige Doktrin des christlichen Glaubens wird von textuellen Varianten betroffen. Nicht eine einzige Sache, die wir glauben, verändert sich, wenn wir verschiedene Textvarianten nehmen. Du kannst die beste Bibelüberlieferung nehmen und die schlechteste, die es überhaupt gibt. Du kannst beide nehmen, lesen und du wirst denselben Glauben haben. Und das ist der wichtige Punkt, den wir sehen wollen und den wir jetzt auch im Verlauf des restlichen Videos noch sehen werden. Ich habe dazu von Bart Ehrmann, ein riesiger Skeptiker, ein Atheist oder Agnostiker, je nachdem, wann man ihn fragt. Und er hat Folgendes gesagt. Übersetzung ist aus dem Englischen von mir. Von den vielen hunderttausend textlichen Varianten, die wir in unseren Manuskripten haben, sind die meisten völlig unwichtig und irrelevant und spielen für nichts eine Rolle. Und das ist die Wahrheit. Und die Skeptiker wissen das, zumindest die, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, die wissen das. Aber trotzdem wird Bart Ehrmann noch ein Buch schreiben und textuelle Varianten in der Bibel angreifen. Er weiß genau, dass der christliche Glaube nicht null davon betroffen ist, aber wird es trotzdem benutzen, um den christlichen Glauben anzugreifen. Und das Einzige, was wir als Christen tun müssen, ist einmal durchgehen und einmal die ganzen Zahlen sehen, einmal ein paar Bibelstellen sehen mit textuellen Varianten. Und dann werden wir sehen, es ist einfach unwichtig. Die textuellen Varianten verändern unseren Glauben nicht. Und genau das ist, was wir uns jetzt im Verlauf des restlichen Videos anschauen. Wir werden jetzt ganz viele Bibelstellen sehen mit textuellen Varianten. Und wir werden jeweils sehen, dass es keine Rolle spielt, welche davon die richtige ist, obwohl wir bei fast allen wissen, welche die richtige ist. Unser erstes Beispiel davon ist Matthäus 16, Vers 20. Und ich habe euch immer zwei verschiedene Übersetzungen mitgebracht, in dem Fall die Elberfelder und die Schlachter. Und ich habe euch den Text hingesetzt und das in Rot markiert, was der Unterschied ist. Außerdem, und das habe ich nicht auf allen Folien gemacht, stehen hier noch die Manuskripte, die die entsprechende Lesart unterstützen. In unserem Fall haben wir zum Beispiel eine kurze Lesart in der Elberfelder. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemandem sagten, dass er der Christus sei. Und diese kurze Lesart ist unterstützt von einigen Manuskripten, zum Beispiel vom Codexenaiticus. Dieses Aleph-Stern ist eine Variante des Codexenaiticus. Das ist eine sehr detaillierte Frage. Dieses 2-Aleph, was unter Schlachter steht, ist eine andere Version. Da haben letztendlich verschiedene Leute in dasselbe Buch, in dasselbe physische Buch reingeschrieben, mit verschiedener Tinte und so weiter. Und das sind sozusagen verschiedene Varianten. Je nachdem, ob wir die Einschübe mitnehmen oder nicht, kriegen wir Aleph-Stern oder Aleph-1 oder Aleph-2. Dann haben wir B, das war der Codex Vatikanus. Dann haben wir noch L, Delta und Theta. Das sind auch alles andere Majuskelschriften, die die Elberfelder-Lesart unterstützen. Dann haben wir was Interessantes. Das ist dieses Kursiv F1 und Kursiv F13. Das sind sogenannte Textfamilien. Das sind Familien von Minuskelschriften in dem Fall, die sich alle offensichtlich sehr ähnlich sind, wahrscheinlich zu einer ähnlichen Zeit aus denselben Vorlagen entstanden sind. Und dann haben wir noch die Minuskelschriften, 565, 700, 1424. Das sind andere Minuskelmanuskripte, die diesen Vers enthalten. Und sie enthalten alle die kurze Lesart. Und dann dahinter folgen noch It und Sa. Das steht für italische Übersetzung. Das ist die altlateinische, die wir auf der Folie vorher gesehen haben. Und sahidisch. Das ist eine der koptischen Übersetzungen, ein koptischer Dialekt. Auf der anderen Seite für die Schlachter-Version, die folgendermaßen liest, da geburt er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollten, dass er Jesus, der Christus sei. Der Unterschied ist, ob das Wort Jesus an der Stelle drin ist oder nicht. Dafür spricht eine andere Version des Sinaitikus, 2 Aleph. Und dann der Kodex Ephraemi, das ist C. Dann haben wir noch WE und Gamma, was andere Minuskelschriften sind. Und dann haben wir die Minuskelschriften 579, 1241, M. Und dann haben wir noch zwei Übersetzungstraditionen, nämlich Lat. Das ist die Vulgata-Tradition. Und Bo, das ist das Bohirische. Das ist ein anderer koptischer Dialekt. Okay, gut. Jetzt haben wir irgendwie zwei Listen von Manuskript-Traditionen, die den jeweiligen Vers so oder so enthalten. Und jetzt könnte man einfach irgendwie zählen, wie viele sprechen für das Linke, wie viele für das Rechte. Aber das ist nicht unbedingt der klügste Weg, wie man Textkritik macht. Manchmal tut man das, aber im Normalfall gibt es bessere Argumente. In dem Fall sehen wir, dass sowohl Sinaitikus in seiner originalen Version, das ist Aleph Stern, und der Kodex Vatikanus B für die kurze Lesart sprechen und erst spätere Minuskelschriften für die lange. Das heißt, es ist schon mal ein starkes Argument für die kurze Lesart. Und das andere, was passiert ist, das ist eine ganz typische Situation von einer Frömmigkeitsausweitung. Was hier passiert ist, ist, das Wort Christus wurde zu Jesus Christus. So, und das ist was, was Gelehrte, die den Text abgeschrieben haben, Kopierer sozusagen, was sie oft später eingefügt haben. Um Gott mehr Respekt entgeben, überzubringen, haben sie häufig so Dinge wie das Wort Jesus eingefügt oder Christus oder der Herr Jesus Christus. Zum Beispiel wird manchmal Jesus zu der Herr Jesus. Was ist die Moral von dieser Diskussion? Na gut, auf der einen Seite sind wir uns sehr sicher, dass die kurze Lesart die richtige ist, weil diese Situation eine typische Frömmigkeitsausweitung ist und die rechte Lesart weniger und später erst belegt ist. Auf der anderen Seite spielt es auch überhaupt keine Rolle. Wir wissen, dass Jesus der Christus ist aus ganz, ganz vielen Stellen und ob das hier in Matthäus 16, Vers 20 drinsteht, verändert unseren Glauben nicht. Das nächste Beispiel ist Matthäus 21, Vers 12 und hier habe ich jetzt die Siegler weggelassen von den verschiedenen Manuskripttraditionen. In der Elberfelder steht da und Jesus trat in den Tempel ein und da geht der Vers weiter. In der Schlachterversion steht und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein. Okay, zuerst einmal ist ganz klar, in dieser Stelle geht es um den Tempel in Jerusalem. Es gibt keinen anderen Tempel im Judentum, der überhaupt in Frage kommt, über den man hier reden könnte. Es ist offensichtlich der Tempel in Jerusalem und ob der Tempel Gottes oder Tempel genannt wird, ist vollkommen egal für meinen Glauben und auch für die Bedeutung dieser speziellen Passage. Aber an der Situation ist noch was Interessanteres an diesem Vers, denn ein paar Wörter später haben wir in beiden Versionen die im Tempel verkauften und kauften. Also in beiden Versionen wird der Tempel einmal Tempel und in der Schlachter eben einmal Tempel Gottes genannt. So, das heißt, es besteht keine Frage, um welchen Tempel es geht. Es geht um den Tempel in Jerusalem, der Einzige, der in Frage kommt. Und von daher diese textuelle Variante ist ein ganz typisches Beispiel, wie die Varianten in unserem Text aussehen, wo so kleine Wörter hinzugefügt würden, wie die Frömmigkeitserweiterung oben. So, das bedeutet, auch dieses Beispiel ist eigentlich ein Beispiel für eine Variante, die für unseren Glauben keine Rolle spielt. Das nächste Beispiel, Markus 7, Vers 16, ist interessant, weil hier ein ganzer Vers wahrscheinlich später hinzugefügt wurde. Die Elberfelder-Version hat diesen Vers nicht und hat da einen Kommentar, das manche andere Bibelübersetzungen in diesem Vers haben. Und die Schlachter-Übersetzung von 2000 hat dort stehen, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Okay, das ist ein ziemlich bekannter Ausspruch. Und es wäre jetzt verwunderlich, wenn der irgendwie später hinzugefügt worden wäre. Aber, na gut, was ist hier passiert? Das ist ein typisches Beispiel von Harmonisierung. Im Markus Kapitel 4, Vers 23 haben wir genau denselben Ausspruch, in genau demselben textuellen Kontext, von genau demselben Hintergrund, aus genau demselben Grund, sagt Jesus das. Und was hier sehr wahrscheinlich passiert ist, ist die Mehrheitsmeinung an der Stelle, ist, dass dieser Vers, Markus 7, Vers 16, nicht original im Text war. Und dass ein Schreiberling sozusagen später den hinzugefügt hat, weil er den Kontext von Markus 4, Vers 23 noch im Hinterkopf hatte. Und weil er sich gedacht hat, dass ein anderer Schreiber, von dem er seine Kopie hat, den wahrscheinlich mal vergessen hat. So, das scheint die sinnvollste Erklärung an dieser Stelle. Aber selbst wenn wir da komplett daneben liegen, wir sind uns ja sicher, dass das der Fall ist, aber selbst wenn wir theoretisch daneben liegen würden, spielt das keine Rolle, weil Jesus genau im selben Kontext in Markus 4, Vers 23 dasselbe gesagt hat. Also solche Harmonisierung taucht ganz, ganz oft vor. Es ist oft ziemlich leicht herauszufinden, dass das passiert ist. Und es spielt halt einfach keine Rolle. Es verändert unseren Glauben nicht, dass hier was harmonisiert wurde. Wir wissen, Jesus hat das gesagt. Die Frage ist, ob er es einmal gesagt hat oder zweimal. Das nächste Beispiel ist wieder sehr ähnlich, auch im Markus Evangelium 9, Verse 44, 46, 48. In der Schlachterversion steht in jedem dieser drei Verse, also dreimal direkt hintereinander, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. In der Elberfelder Bibel steht dieser Vers nur in 48 und 44 und 46 fehlen. Was hier passiert ist, na gut, es ist wieder eine Harmonisierung. Wir wissen, dass Jesus diesen Ausspruch einmal mindestens gesagt hat, in genau diesem Kontext. Und keine der Varianten verändert die Aussage des Textes. Die Verse vorher, also 43, 45, 47, haben jeweils ungefähr ähnlichen Inhalt. Und nach dem letzten taucht auf jeden Fall dieser Satz aus, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und die Frage ist sozusagen, taucht er dreimal auf oder einmal? Was hier wahrscheinlich passiert ist, denn die rechte Variante ist mal wieder weniger gut belegt, ist, dass ein späterer Schreiber diesen Ausspruch zweimal hinzugefügt hat in Vers 44 und 46, weil der Text dann einfach besser klingt. So, also mal wieder die Situation, wir sind uns ziemlich sicher, was die richtige Lesart ist, nämlich die auf der linken Seite. Aber selbst, wenn wir komplett falsch liegen und die rechte Seite die richtige Lesart ist, verändert es überhaupt nicht unseren Glauben. Im nächsten Beispiel, Römer 8, Vers 1, sehen wir auch wieder eine ganz typische Sache. Es ist wieder eine Art Harmonisierung. Und in der Schlachter-Version steht da, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und dieser Abschnitt in Rot ist sehr wahrscheinlich eine Entzuführung, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist war ziemlich sicher nicht im Originaltext drin. Was hier passiert ist, ist eine Harmonisierung mit Römer 8, Vers 4, denn da steht in einem sehr ähnlichen, eigentlich in genau demselben Kontext, ist dieselbe Bibelstelle, steht dieser zweite Halbsatz. Im selben Kontext wird genauso verwendet. Okay, das heißt, was hier passiert ist, ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Halbsatz quasi rüberkopiert wurde aus Römer 8, Vers 4 in Römer 8, Vers 1, um den ein bisschen theologisch einfacher zu machen. Die Aussage, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, ist deutlich stärker als die Aussage auf der rechten Seite. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Zumindest würde man das denken, wenn man den Vers komplett ohne Kontext liest. Aber was im Kontext da passiert, ist, die nächsten drei Verse, Römer 8, Vers 2, 3 und 4, erklären, was es bedeutet, in Christus Jesus zu sein. Und was ist die Bedeutung, naja, nicht gemäß des Fleisches zu wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das ist die Erklärung, was es bedeutet, in Christus Jesus zu sein, in dieser Passage. Und von daher ist es unwahrscheinlich, dass dieser Halbsatz zweimal am Anfang und am Ende auftaucht. Die Passage liest sich besser, wenn der Halbsatz nur einmal am Ende dasteht. Und wir haben auch gute Gründe in der Überlieferung, einer Anzahl der Manuskripte und dann deren Alter, dass die linke Variante die korrekte ist. So oder so, genau dieser Halbsatz taucht im Kontext auf. Und genau dieser Halbsatz ist das Fazit von diesen vier Versen Römer, 8 Vers 1 bis 4. Und von daher stört es meinen Glauben nicht, selbst wenn dieser Halbsatz da noch eingefügt werden muss. Die nächste Variante ist eine von meinen Favoriten, Offenbarung 1 Vers 4. Hier passiert was ganz Interessantes, was leider in deutschen Übersetzungen nirgendwo wirklich zu finden ist. Was hier passiert ist, das Griechische an der Stelle ist einfach falsch. Es ist eine seltsame griechische Grammatik an der Stelle und mit seltsam meine ich eine, die nicht erlaubt ist nach den normalen Regeln der griechischen Sprache. In allen deutschen Übersetzungen, die ich finden konnte, wird das sozusagen geglättet und es liest sich dann wie in der Elberfelder Gnade euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Eine wörtlichere Übersetzung, die quasi das grammatikalische Problem mit übersetzt, würde eher wie ganz in der rechten Spalte klingen. Gnade euch und Friede von er, der ist, der war und der kommt. So, und warum passiert das? Naja, das ist eine Anspielung an das Alte Testament, wo der Herr das von sich sagt. Ich bin, der ist und der war und der da kommt. Und diese grammatikalische Eigenart wurde sozusagen hier übernommen und quasi darauf wurde eingespielt in Offenbarung 1, Vers 4. Wir haben außerdem an der Stelle eine textliche Variante und die ist vom byzantinischen Text in der Mitte wiedergegeben. Gnade euch und Friede von Gott, der ist und der war und der da kommt. Hier wurde das Wort Gott in den Text hinzugefügt und es ist offensichtlich, dass es eine Hinzufügung ist, denn diese byzantinische Variante taucht erst sehr viel später auf und sowohl Sinaitikus als auch Alexandrinus und Efraemi also Aleph A und C und sogar ein paar Pyros, also sehr, sehr früher Zeugen, geben alle diese seltsame Grammatik wieder. Was wir auch sehen an der Stelle oder an diesem Beispiel ist, dass Veränderungen von späteren Schreibern häufig dazu dient, um Städten aus Stellen auszuglätten. Also es ist recht häufig, dass eine Stelle geglättet wird, damit sie einfacher zu lesen, einfacher zu verstehen ist. Es ist sehr selten, dass eine Stelle schwieriger gemacht wird durch eine Veränderung von einem Schreiber später und das kann uns helfen, um Varianten zu bewerten, welche jetzt die richtige ist und welche nicht. Das folgende Beispiel ist Johannes 5, Vers 4. Das ist die Geschichte am Teich Bethesda, wo angeblich, das ist das, was im Vers 5, Vers 4 steht, sich das Wasser bewegt und der, der zuerst in den Teich geht, wird geheilt. Und das Interessante ist, diese Erklärung an der Stelle ist wahrscheinlich nicht original. Wir sind uns sehr sicher, dass dieser Vers in alten Manuskripten nicht vorkommt und deswegen können wir ziemlich sicher sagen, dass Johannes 5, Vers 4 nicht original in der Bibel drin war. Okay. In Markus 3, Vers 32 haben wir noch ein Beispiel für Harmonisierung. Hier haben wir die Einheitsübersetzung und die Elberfelder. In der Einheitsübersetzung steht, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Es geht hier um Jesus und seine Mutter und seine Brüder. In der Elberfelder steht stattdessen, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Okay, also die Frage ist, hatte Jesus Schwester? Dieser Text sagt uns, Jesus hatte eine Mutter und er hatte Brüder, aber hatte er Schwestern. Und die Antwort finden wir drei Verse später in Markus 3, Vers 35, wo steht Bruder und Schwester im genau demselben Kontext. Es ist klar aus der Passage, dass dieses Brüder und Schwestern Jesus zugesprochen wird. Also Jesus in der Passage hat Schwestern. Und was hier passiert, ist es wieder mal sehr wahrscheinlich eine Harmonisierung und man hat einfach das Brüder und Schwestern von später genommen und importiert in diese Stelle und es zu Brüdern und Schwestern gemacht. Nächsten Beispiel, das ist ein bisschen interessanter und hier haben wir keine Harmonisierung, sondern wahrscheinlich eine Vereinfachung des Textes in einer gewissen Art und Weise. Wieder mal in der Einheitsübersetzung steht und weiter sagt Jesus, sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um eure eigenen Überlieferungen aufzurichten. In der Elberfelder ist das letzte Wort anders und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Also der einzige Unterschied in der textuellen Variante ist das rote Wort jeweils. Wir sind uns nicht ganz sicher, was hier richtig ist. Mehr Manuskripte haben die rechte Variante, die die Elberfelder wiedergibt, wo die Pharisäer, um die es hier an der Stelle geht, und die Schriftgelehrten ihre Überlieferungen halten. Auf der anderen Seite, die Variante, die wir in der Einheitsübersetzung wiedergegeben finden, dass sie ihre Überlieferungen aufrichten, ist etwas schwieriger zu verstehen, aber es fließt besser mit dem Text. Und zwar in dem folgenden Sinne, in dem Satz steht, sehr geschickt, setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft. Also wir haben Außerkraftsetzen, das in beiden Varianten da ist, und dann haben wir als Kontrast dazu das Aufrichten von eigenen Überlieferungen. Das scheint ein deutlicher Widerspruch zu sein, und deswegen besser zu sein. So, aber ich habe schon gesagt, wir sind uns nicht ganz sicher, was hier das Original ist, und es spielt auch keine Rolle. Unser Verständnis von dem Vers hängt nicht davon ab, welches Wort an der Stelle steht, von diesen beiden Wörtern, die zur Verfügung stehen. Denn naja, was haben die Pharisäer denn gemacht? Sie haben Gottes Gebote außer Kraft gesetzt, ihre eigene Überlieferung aufgerichtet und sich dann daran gehalten. Also es verändert unseren Glauben nicht, egal was hier die richtige Variante ist. Das nächste Beispiel ist aus Markus 10, Vers 24, und das habe ich im Deutschen nur in der Menge Bibel gefunden, und selbst da steht es schon in Klammern, dort steht, Kinder, wie schwer ist es doch für Menschen, die sich auf Geld und Gut verlassen, in das Reich Gottes einzugehen. Und das, was in Klammern steht, ist sehr wahrscheinlich eine Hinzufügung. Okay, die Frage an der Stelle ist, ist es schwer, in das Reich Gottes einzugehen, oder ist es schwer, für Menschen, die sich auf Geld und Gut verlassen, in das Reich einzugehen? Und die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja, beides. Es ist schwer, für Menschen, in das Reich Gottes einzugehen. Dieser Einschub ist sehr, sehr sicher nicht original, und zwar macht er diese Passage weniger anstößig, dasselbe, was wir schon mal gesehen haben. Es ist theologisch ein bisschen einfacher zu schlucken, dass es schwer ist, für reiche Leute in den Himmel zu kommen, als das zu schlucken, dass es einfach schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen. Weil das könnte ja bedeuten, dass ich auch angesprochen bin, obwohl ich nicht reich bin. Das heißt, was hier passiert, ist sehr, sehr sicher, ein Misch aus Harmonisierung und aus eine Stelle weniger anstößig machen. Denn im Kontext geht es tatsächlich um reiche Menschen. Es ist nicht komplett dahergeholt, einfach so reingeschrieben worden, sondern der Kontext wurde ihnen den Vers gepresst, obwohl er wahrscheinlich im Original nicht wirklich da ist. Okay, wir machen mal ein kleines Zwischenfazit, bevor wir zu den nächsten drei Stellen kommen. Fast alle Varianten, die es überhaupt gibt, von den 400.000, sagen wir mal, sind vollkommen irrelevant. Ungefähr 2000 sind überhaupt relevant, im Sinne von bedeutungsvoll und brauchbar. Und selbst von denen, die übrig bleiben, von den 2000, sind fast alle so, wie diese Stellen, die wir uns gerade angeschaut haben. Es sind textuelle Varianten, die einfach keinen Unterschied für unseren Glauben machen, die unseren Glauben nicht beeinträchtigen. Und das sind fast alle Varianten, die es in der Bibel überhaupt gibt. Das, was jetzt kommt, und es kommen jetzt noch drei Stellen, das sind die schwersten textuellen Varianten. Und, nicht zufällig, sind es die drei Varianten, die Skeptiker angreifen. Keine andere von den Varianten würde einen Skeptiker überhaupt angreifen, weil offensichtlich es keine Rolle spielt, was die korrekte Lesart ist. Aber diese drei Varianten, die jetzt kommen, sind ein Stück anders. Es wird so aussehen, als hätten wir echte Probleme mit diesen Varianten, weil es größere Passagen von Text sind, über die wir Unsicherheit haben. Und in all diesen drei Beispielen, die jetzt kommen, das sind die großen drei, auch da können wir sehr sicher sagen, was das Original ist, und wir müssen das einfach nur wissen. Als Christen, wenn ein Skeptiker kommt und diese drei Stellen eingreift, müssen wir einfach nur wissen, wir können sagen, was da im Original stand und wir haben kein Problem damit. Und selbst wenn wir die andere Lesart nehmen müssten, obwohl wir das aus Versehen nicht tun, würde es auch in diesen drei Beispielen unseren Glauben nicht verändern. Okay, schauen wir uns die drei Beispiele also mal an. Das erste davon ist das sogenannte Komma Johanneum. Das ist in der englischen Sprache ganz beliebt oder zumindest bekannt. hier ist der Unterschied. In der Elberfelder steht, denn es sind drei, die es bezeugen. Das ist der ganze Vers. In der Schlacht steht, denn drei sind es die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Im englischen Sprachraum ist das so ein prominentes Beispiel, weil die King James Version die rechte Seite vertritt, aber sehr, sehr, sehr sicher die linke Seite die richtige ist. Warum sind wir uns so sicher, dass die linke Seite die richtige ist? Naja, erst ab dem 10. Jahrhundert taucht dieses Komma Johannäum in Manuskripten auf. Davor haben wir kein einziges Manuskript, das es belegt, und das ist schon ein sehr starkes Argument. Warum ist diese Stelle so oft angegriffen, obwohl wir uns so sicher sind, was die Bibel überhaupt. Wir können einfach sagen, der Vater, das ist der Vater, das Wort, das ist Jesus, und der Heilige Geist, das ist der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Das ist quasi die Dreifältigkeitsformel in ihrer pursten Form. So, aber naja, die Sache ist, wir brauchen diesen Vers nicht, um die Dreifaltigkeit zu beweisen. Ganz im Gegenteil, die Dreifältigkeit wird uns von der ganzen Bibel quasi aufgezwungen, wenn wir die Bibel einfach nehmen für das, was sie ist, haben wir keine Wahl, außer die Dreieinigkeit anzunehmen. Das heißt, dieser Vers ist ein klarer Beweistext, wenn er dann original wäre, was er nicht ist, für die Dreieinigkeit, und weil die Dreieinigkeit so oft angegriffen ist von Skeptikern, ist auch einfach dieser Vers angegriffen. Und das Argument ist dann irgendwie so, naja, 1. Johannes 5, Vers 7, da steht ja in Wirklichkeit die Dreieinigkeit gar nicht drin, und die Dreieinigkeit wurde nur später in die Bibel hineingedichtet. Aber was der Skeptiker vergisst, sind all die anderen Stellen, die die Dreieinigkeit lehren, ganz eindeutig, und die nicht textuelle Varianten sind. So, also wir brauchen den Vers nicht, um die Dreieinigkeit zu beweisen, und wir sollten ihn auch nicht verwenden, weil er nicht original ist. Das zweite Beispiel ist die sogenannte Pericope Adulterai. Das ist die Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. So, diese Passage, und das sind zwölf Verse von Johannes 7, Vers 53 bis 8, Vers 11, taucht in fast allen Übersetzungen, zumindest im Deutschen, die ich nachgeschaut habe, auf. Entweder ist es in Klammern, oder es ist ein Kommentar da, in einigen Handschriften nicht enthalten. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass diese Geschichte nicht original im Johannes-Evangelium drin stand. Und das ist die Stelle, wo irgendwie unsere Emotionen gefragt sind, weil jetzt plötzlich diese Geschichte, die so wunderbar ist und die eine echte Wahrheit über Jesus erklärt, nämlich, dass er uns nicht verurteilen möchte, diese Geschichte, die so schön ist und die unser Herz so bewegt, ist wahrscheinlich nicht original. Sie gehört sehr wahrscheinlich nicht in die Bibel. aber, und auch da sind sich Wissenschaftler mehr oder weniger einig, diese Geschichte ist ziemlich sicher tatsächlich passiert. Also, es ist sehr gut belegt, dass diese Geschichte tatsächlich passiert ist, nämlich dadurch, dass wir sie in der Bibel drinstehen haben, in manchen Manuskripten, aber es ist auch sehr gut belegt, dass sie nicht im Original der Bibel drin stand. und was ist jetzt unsere Lektion davon? Ich denke, wir sollten diese Stelle nicht benutzen, um unsere Theologie draus zu machen, selbst wenn wir damit nicht zu einer anderen Theologie kommen als die, die wir schon haben. Es ist trotzdem eine schöne Analogie, eine schöne Geschichte, aber ich vertrete eher die Meinung, dass wir diese Sache, wo wir uns relativ sicher sind, dass sie nicht in die Bibel gehört, auch nicht als Schrift verwenden sollten, um gar nicht versuchen zu kommen an der Stelle. Das Einzige, was unsere Aufgabe ist, ist, wir müssen irgendwie mit unseren Emotionen hinterherkommen, dass diese wunderschöne Geschichte nicht tatsächlich in der Bibel drinsteht. Das dritte Beispiel ist das lange Ende von Markus. Markus 16, Verse 9 bis 20, da gibt es verschiedene Versionen dieses Endes und das ist das stärkste Argument dafür, dass alle falsch sind. Manche sind ein Vers lang, manche sind zwei Verse lang, manche sind die ganze Länge von 9 bis 20 lang. Was hier passiert ist, ist, das Markus Evangelium hört im Vers 8 auf, zumindest ziemlich sicher und das ist ja abrupt. Es liest sich ein bisschen seltsam. Auf der anderen Seite, es gibt gute Gründe dafür, interne Gründe, dass es Sinn ergibt, dass das Markus Evangelium da aufhört, wo es aufhört. Die sind etwas komplizierter, wer sich dafür interessiert, kann sich das einfach mal durchlesen. Aber letztendlich, das Markus Evangelium endet so abrupt, um uns jetzt in die Aktion reinzuwerfen, um uns in die Situation reinzuwerfen und damit wir jetzt aktiv werden. Das ist so die Aussage von dem abrupten Ende, aber das hat einigen Kopierern nicht gefallen, einigen Gelehrten, und dann wurden mehrere Enden von Markus dazu erfunden. Die sind offensichtlich von der Sprache, die verwendet wird, anders als der des Evangeliums, also von einem anderen Autor, und es gibt verschiedene Versionen, die alle übertragen sind. Das ist ein gutes Argument dafür, dass alle diese Versionen falsch sind. Okay, kommen wir nochmal zu einem Fazit. Und ich werde das Fazit in ein paar verschiedenen Weisen bringen, einfach weil ich den großen Punkt wirklich reindrillen will. Der wichtige Punkt ist, wir wissen sehr genau, was in die Bibel gehört und was nicht. Und von textuellen Varianten in der Bibel, von unterschiedlichen Kopien der Bibel, ist kein einziger Punkt deines Glaubens betroffen. Kein einziger Punkt unseres christlichen Glaubens ist davon betroffen, dass es verschiedene Kopien der Bibel gibt. Und das müssen wir wissen, um einen festen Glauben zu haben, aber das müssen wir auch wissen, um Skeptikern zu antworten. Wenn irgendein Skeptiker dich angreift mit textuellen Variationen in der Bibel und die Bibel ist korrupt, dann kannst du ihm sagen, die Bibel ist das am besten belegte Werk in der ganzen antiken Literatur. Es gibt kein anderes antikes Buch, überhaupt kein einziges, das so gut belegt ist wie die Bibel. Wenn wir irgendein antikes Werk wirklich rekonstruieren können, dann die Bibel. Das ist ein Skeptikern zurückzuwerfen und zu sagen, nein, wir haben Argumente, wir haben wirkliche Beweise für die Echtheit der Bibel und dafür, dass wir die Bibel rekonstruieren können. Und der nächste Punkt, naja, unser Glaube ist nicht von textuellen Varianten betroffen. Das heißt, nach diesem ganzen Video ist eigentlich das Fazit, du hättest das Video nicht schauen müssen und es wäre okay gewesen, du hättest nichts verpasst. Ich denke natürlich trotzdem, dass es wichtig ist, diese ganze Geschichte einmal wirklich zu hören und ich finde es wichtig, das zu wissen, im Hinterkopf zu haben und einfach, wenn diese Zweifel hochkommen oder wenn Skeptiker angreifen, sagen zu können, nein, das ist einfach nicht so. Wir haben keine korrumpierte Bibel, wir haben nicht das Ergebnis von einer langen Reihe stille Post. Wir haben das am besten textuell bezeugte Buch in der gesamten antiken Literatur und wir haben ein Buch, das so gut bezeugt ist, dass kein einziger Punkt unseres Glaubens davon angegriffen ist. Gott hat sein Wort wirklich gut bewahrt. Es ist sehr gut bezeugt, es ist sehr gut übertragen und nichts davon ist irgendwie in Frage. Ich habe euch nochmal mitgebracht eine Liste von allen Doktrinen, die von textuellen Varianten betroffen sind. Das sind alle. Dieses weiße Blatt enthält alle Doktrinen, alle Punkte des Glaubens, die von textuellen Varianten betroffen sind. Und ich habe das jetzt ganz oft gesagt, weil ich denke, dass es wichtig ist. Weil ich denke, dass wir das mitnehmen müssen. Wenn du nichts anderes mitgenommen hast, nimm dir mit, die Bibel ist das am besten bezeugte Werk antiker Literatur überhaupt und dein Glaube ist nicht beeinträchtigt von textuellen Varianten in der Bibel. Das ist, was wir wissen sollten. Und jetzt möchte ich euch noch praktisch was mit auf den Weg geben. Ich denke, es ist trotzdem total interessant, diese Textkritik zu machen. Ich bin so dankbar für alle, die sich diese Arbeit gemacht haben. Aber wie gehen wir jetzt ganz praktisch damit um? Mein erster Hinweis wäre mal, wenn du eine Bibelstelle studierst, dann schau mal in die Fußnoten, denn in den meisten Bibeln wird in diesen textuellen Varianten eine Fußnote stehen mit einer Erklärung und einem Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich eine textuelle Variante ist. Das heißt, wir werden darauf hingewiesen. Die Leute, die die Bibeln herstellen bzw. vertreiben, denen ist es wichtig, dass wir informiert sind. Und das ist super, das ist super, das ist was tolles und wir können diese Information mitnehmen. Das andere ist, ich würde empfehlen, mehrere Übersetzungen zu lesen, auch aus anderen Gründen, einfach um verschiedene Übersetzungen zu sehen. Einfach um verschiedene Perspektiven auf dasselbe zu haben, zumindest wenn du eine Stelle wirklich studieren willst, empfehle ich das, schau dir verschiedene Übersetzungen an. Und das dritte, es gibt textkritische Versionen der Bibel, sowohl von diversen deutschen Bibeln, aber im Internet gibt es auch netbible.org unten ist nochmal ein Link dazu. Das ist leider eine englische Übersetzung, aber sie haben textuelle Kritik mit eingebaut in der Website und kann also den Bibeltext auf der einen Seite lesen und dann die textuelle Kritik auf der anderen Seite sehen und kann sich quasi anschauen, okay, was ist hier mit den Varianten, was ist die Argumentation, welche die richtige ist an der Stelle. also die Bibel ist wirklich gut überliefert und kein skeptischer Angriff gegen die textuelle Tradition der Bibel hat irgendwie Hand und Fuß, kein einziger. Das ist, was ich möchte, dass ihr heute mitnehmt und das ist wirklich eine Wahrheit, die wir rausposaunen sollen. Wir als Christen können nicht stolz sein auf unsere Leistung dafür, aber stolz sein auf das Wort Gottes, was so gut übertragen ist. Kein anderes Werk hat das, nicht mal andere Religionen haben das. Und das ist was wirklich Tolles, was unseren Glauben echt stärken kann. Und kein Angriff gegen diesen Punkt sollte unseren Glauben jemals zu Fall bringen. Seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.